Bittestens dann wenn wir Soldaten ordentlich produzieren. Der hat noch ein paar Steine, sehr gut. Es fehlt ne Axt. Ja, dann machen wir doch mal eine. Wenn wir Kohle haben. Ich hoffe mal das es dann mit dem Getreide besser läuft hier und schnell vorangeht alles. Jetzt bei den Wasserwerken raus. Da ist Axt. Da ist alles voll, okay. Bei dem haben wir ja gerade geschnappt hier für die Schweinerei. Oh die nächste Mine wird fertig gebaut, sehr gut. Es fehlt eigentlich nur noch Kohle. Und dann können wir richtig loslegen. Jetzt haben wir so viel Kohle. Und das Gebiet haben wir nicht ganz eingenommen damit, weil wir die Kohle da kriegen. Verdammt. Ich hoffe ich krieg das hin, ohne dass jetzt hier ein Angriff kommt. Wäre schon schön. Die ist fertig, die ist fertig, sehr gut. Und dann kriegen wir jetzt noch mal ein bisschen Kohle raus. Natürlich kommt da wieder ein Priester. Ich hoffe das war es aber auch. Wenn dann noch Soldaten kommen. Na gut, kriegen wir ja Platzlos nicht. Das muss doch nicht sein. Hier der haut wieder ab. Na gut, soll er machen. Bis mir nur recht. Ach der geht so rum. Oh mein Arsch. Natürlich hat er die drei hier unten zurückgefahren. Ach komm. Ich komme schon noch ein bisschen runter. So, sehr gut. Das reicht auch schon wieder. So. Eine Spitzhocke ist erledigt. Verdammt, wir brauchen ja noch eine. Eine Sense kriegen wir ja auch erstmal nicht. Das ist natürlich doof. So, was fehlt denn? Ja, die Sensor. Das war ja klar. Da fehlt die Spitzhocke bestimmt. Jep. Aber ist ja schon in der Arbeit sozusagen. Ich warte nur noch auf die Kohle. Ja. Oder besser gesagt. Auf die Nahrung. Ich hoffe, er kann hier mit der göttlichen Gabe ein bisschen was machen. Ich werde dann hoffentlich auch als nächstes bekommen wieder. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 so und zurück genau dann haben wir wieder ein paar Träger mehr Schweinefleisch produzieren wir jetzt auch langsam sehr schön so läuft das doch jetzt brauchen wir halt nur noch genug Getreide heißt also die Getreide muss hier noch fertig werden so langsam mal damit wir hier loslegen können hier fehlt noch die Axt die Axt haben wir die Sensor haben wir die Spitzhacken haben wir auch in der Arbeit alles klar so sieht es hier aus 75 so 3 Eisenherzminen 3 also hier ist die vierte Kohlmine und eine Goldmine das ist doch schon ein guter Anfang so Spitzhacker in Axt ok dann haben wir wenigstens schon mal die Metzger sehr sehr schön Kohle sehr gut da liegt auf jeden Fall jetzt ganz gut was an den Augen drin äh wo ist denn der dritte im Runde sauerung Offenschmied ist auch bald fertig sehr gut Kasernen auch bald und hier kann man bald die nächste Aufwertung schon machen ja das fängt ja schon mal ganz gut an so so mal schauen was der jetzt fertig macht ne Spitzhack oder ne Sense ich denke eher mal ne Sense ich finde nur noch 25 Steine also bauen die das auch schon das Lanzaritz ist fast fertig sehr gut aber noch keine Soldaten verloren ne nö sehr schön so gefällt mir das ihr könnt ihr ja da nochmal suchen so was hat er ah ne Spitzhack ok eine Spitzgehack hat er gemacht so langsam kriegen wir ja alles jetzt an Rohstoffen was wir brauchen so dann sammeln wir auf jeden Fall erstmal ordentlich Soldaten das wir dann den Süden erstmal angreifen würde ich sagen und dann den Westen hm ich meinte natürlich den Osten Entschuldigung so wir brauchen auf jeden Fall den Sensenmann nochmal und sehr viel Getreide sehr gut Aufwertung erstmal da haben wir so viele Speere ich hoffe wir kriegen noch die nächste Aufwertung bevor die Kaserne richtig fertig ist das wird aber glaube ich ganz schlecht die Kaserne wird glaube ich gleich fertig sein und dann ja haben wir ein kleines Problemchen haben wir ein laugendes Problemchen nicht wir kriegen ja die Soldatensoße nicht aber trotzdem was fehlt hier ja Spitzhacken wie sieht doch drei Spitzhacken macht er noch eins zwei und drei also oh die Gold-Mine äh die Goldschmelze hat auch schon mal genug Cola ich hab nur noch das Gold die Kaserne ist fertig na gut jetzt bringen sie die ganzen Soldaten natürlich also die ganzen Waffen da runter zur Kaserne das ist klar Okay, dann kriegen wir unsere nächsten Soldaten erstmal, aber gut, immerhin. Aber ein bisschen mehr zur Abwehr. Na, fehlt noch mal. Oder? Oder ausnahmsweise mal nicht. Nee, okay. Anscheinend nicht. Na gut, umso besser. Brauchen wir keinen Schmied weiter. Erstmal eine Waffenschmiede, weil die müssen ja auch erstmal klarkommen mit der Kohle und alles. Ich glaub nicht, dass die ja so einfach jetzt hinterher kommen erstmal. So, ein neuer Minenarbeiter, sehr gut. Die werden erstmal die ganzen Spitzhacken bauen und dann die Sense als letztes, toll. Warum haben sie dann die Axt vorgezogen? Dann hätten sie auch die Sense vorher machen können. Okay. Notreizen. Er findet hier keine Steine mehr. Komm, klick dann noch. Okay, der erste Sperrträger hier. Nächsten kommen bald. Jetzt fehlt nur noch eine Spitzhacken und eine Sense. Okay. 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 Ich bin da. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und mit der Bruder läuft es ja anscheinend gut. Sehr gut. Wir sind alle bereit. Wir sind da draußen alle. Wir sind alle bereit. Ah, steil. Ein bisschen kann man noch holen. Ein bisschen kann man noch holen. Ein bisschen kann man noch holen. Was ist das für die Station Opa jetzt? Jetzt müssen wir hoffen. Kohle fehlt uns jetzt einfach nur. Ah, sehr gut. Die Sins ist auch fertig.